Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen und auch zu einem, zu dem letzten Video zur Destiny 2 Beta und zwar möchte ich jetzt nochmal Titan ausprobieren. Somit hätten wir dann auch alle drei Klassen ausprobiert und ich bin echt gespannt wie sich der spielt. In Destiny 1 habe ich den nicht so oft gespielt, muss ich sagen, nur wo mir wirklich extrem langweilig war und ich gar nichts mehr zu tun hatte, da habe ich den dann mal ausprobiert. War aber, muss ich sagen, nie so meine Klasse. Ich glaube es ist halt eher Geschmackssache, aber ich würde sagen, wir probieren den jetzt natürlich noch aus. Dann habt ihr somit mal alle Klassen gesehen und könnt euch ja selber dann ein Bild drüber machen, was euch hier am besten gefällt. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Klasse euch denn am besten gefällt. So, ich würde sagen, die Sequenz skippen wir wieder, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen jetzt. So, ein Schluck Wasser trinken hier. Somit skippen wir auch wieder diese Sequenz, Frequenz, Sequenz. So, alles klar und schon sind wir im Game. Alles ist zerstört. Der Turm, die Stadt. Dann gibt es auch wieder einen Stürmer, den gab es auch schon aus der Destiny 1 Zeit. Und wir stellen uns auf jeden Fall den Sentinel an. Bei voller Superenergie drücke und halte L1 und R1, um eine schützende Kuppel zu erzeugen, die dich und deine Verbündeten abschirmt. Okay, ist eine Art Bubble, können wir hier machen. Mal eine gerade Mauer, die sich entgegengeheftet und zweimal explodiert. Fähigkeiten einsetzen, alles klar. Turm oder Barrikade drücke und halte. Kreis, um eine große Barrikade zu erzeugen, die benutzt werden kann, um eine Position mit Deckung vor feindlichem Feuer zu schützen. Alles klar. Das ist dann praktisch so eine Art Schild oder sowas. Schusswechselbarrikade drücke und halte Kreis, um eine kleine Barrikade zu erzeugen, die durch die du mit deinem Visier zielen kannst und deine ausgerüstete Waffe sofort nachlädt, wenn du in Deckung gehst. Okay, das sind die Schwebefähigkeiten, das sind die Granaten. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so und schauen uns das doch mal dann im Detail im Kampf an. Vom Sprung her ist er, schätze ich mal so, wie der Warlock auch. Die Gerüstung noch dickere Waffen, riesige Weltraum-Nashörner. Erledige sie. Keine Zeit für Fragen. Hier, Commander Zavala. Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Hey, ihr zwei. Eine Sekunde. Was ist hier los? Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich? Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Alles klar. Hier drüben. Meine Waffenkammer steht hier auf Folge von dort im Fall. Dadurch wirst du über den Eingrall zur Piazza gelangen. So, dann schauen wir doch mal, was uns hier als Exo erwartet. Du musst ja neue Waffe halten. Alles klar. Was haben wir denn bekommen? Arbeitstier. Automatikgewehr. Sehr geil. Zahlter. Großmagazin. Erhöhung von Hüft. Feuerpräzision. Eine Rückstoßverringerung. Großkaliber. Schüsse aus dieser Waffe werfen Ziele weiter zurück. Wenn man den Abzug gedrückt hat, bekommen Reichweite und Feuerrate. Der Waffe einen Schub und Munitionsaufnahmen werden automatisch ins Magazin geladen. Okay, in dieser Fall irgendwann Doppelzweckschaft erhöht Stabilität leicht, erhöht Waffenbereitschaftstempo leicht. Okay, wir müssen uns anschauen. Sieht aus wie so eine Minigum von Terminator. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Wie mächtig es ist, werden wir jetzt gleich sehen. Alles klar. Ja, auf jeden Fall Bums. Aber man hat eben auch nicht viel Munition. So, jetzt wollen wir doch dann gleich mal unser Schild probieren. Okay. Okay, ich würd sagen, wir tun das Schild mal aufbauen. Wie lange hält das Schild, würde mich interessieren. Okay, ich würd, ich würd mal wissen, hab ich, hab ich, ist das Schild nur ne bestimmte Zeit da oder muss man das kaputt machen, dass es weg geht? Ich glaub auf jeden Fall sehr interessant in Raids und sowas. Wenn ich es jetzt nur kurz benutze. Okay. Auf jeden Fall ein cooles Gimmick. Er ist halt wirklich auch ein Wächter sozusagen. Die muss sagen, es lädt sich ziemlich schnell wieder auf. Was man bestimmt auch skillen kann, die Aufladegeschwindigkeit. Und sollen wir nochmal die Granaten ausprobieren? Ah, die Waffe ist schon sehr mächtig. Okay. Sogh. 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 Okay. Wir greifen nicht nur die Stadt an, schau dir den Reisenden an. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Das wollte ich nur noch mal schnell schauen. Äh. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm. Negativ. Der Reisende kann warten. Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Das ist natürlich meine Superwiederwerk, wenn ich auszusehen gewechselt habe. Mann. Wäre schon fast voll gewesen. Aber okay, die kriegen wir bestimmt noch voll. Die kriegen wir bestimmt noch voll. Aber das Schild ist natürlich richtig nice. Ich glaube auch für PvP ist er gut geeignet, wenn man irgendwo an der Fahne steht oder so. Die Rotlegion ist gut ausgebildet. Aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Andrück! Nutze meinen Schild! Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Rettungsshuttle sind da drüben. Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Okay, eher auf den Nahkaufangriff, äh, würde sagen, eher wie der, wie der Jäger, was das Jäger bedeutend schneller ist. Oh, Waffe ist leer. Ich brauche jetzt erstmal die Munition, die Munition. Ich brauche jetzt deine Munition. Zavala, das letzte Shuttle ist weg, aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Okay, wir gehen jetzt zum Norden wieder. Geh mit Ikora, finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Ihr werdet niemandem mehr scheiden, und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Zavala! Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holliday wird dich abholen. Oh! Bist du ruhig? Okay, der ging relativ schnell down, wie auch beim Obolock auch schon. Bist du ruhig? Bist du ruhig? Ja, ich finde mit dem Jäger kann man es besser timen, die Sprünge. Obwohl es glaube ich bloß Übungssache ist. Das Hologramm könnte helfen. Lass mich mal sehen. Okay, der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Okay. 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 Okay, der Schild ist echt nett. Wow! Oh! Come on! Come on! Come on! Hey, die kommen mir gar nicht rein, glaub ich, ne? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und der letzte Schild. So, Leute. Das war's auch schon wieder. Mission erfolgreich abgeschlossen. Und ich muss sagen, wie auch in Destiny 1, ist nicht so mein Ding, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Also muss man mal schauen, wie sich der Titan entwickelt. Mit seinem Schild ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was sollen wir bloß tun? Nichts. Willkommen in einer Welt ohne Licht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach. Undiszipliniert. Versteckst dich hinter Mauer. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gott. Und dein Licht ist mein. Gut, Leute, damit würde ich sagen, es war auf jeden Fall erst mal das letzte Video von Destiny 2. Also, nur von der Beta. Ist klar, wir haben uns jetzt alle Charaktere angeschaut. Haben uns die Strike-Mission angeschaut. Und ich muss sagen, es war ein bisschen wenig von der Beta. Sie hätten ruhig mal ein bisschen mehr reinpacken können. Also, zwiespältiges Ding, aber ich glaube trotzdem, dass das Spiel richtig, richtig geil wird. Aber, wie gesagt, wenn man so eine Beta spielt, will man einfach mehr spielen. Genau, dann würde ich sagen, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder auch ein Abo da, wenn ihr lustig seid. Und wenn im August, im September, glaube ich, kommt es raus, ja, im September, wann dann das finale Spiel rauskommt, werden wir uns hier auf jeden Fall zocken. Von Anfang bis Ende. High Strikes, irgendwelche Dungeons, Koop-Missionen, alles mögliche werden wir spielen. Ich werde auch viel streamen auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auf jeden Fall, zu Destiny 2 wieder. Dabei kommen natürlich auch andere Projekte noch auf meinen Kanal. Bleibt auf jeden Fall dran und verpasst auch nichts. Bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao, euer Andi.